Moinsen, Magazin Margarin, zur zweiten Folge. Jetzt hast du diesen Bildschirm also gebootet, gestartet und du sitzt davor und denkst so, cool, jetzt kann ich hier einfach loslegen. Beim Simracing musste ich auch leider feststellen, ist das nicht so. Bevor du hierher gekommen bist, hast du deinen Namen eingegeben, also deinen Rennfahrernamen und dann bist du hierhin gekommen. Ich persönlich würde empfehlen, benutzt nicht euren Klarnamen, weil ich davon nicht wirklich viel halte, mit Klarnamen zu fahren. Ich habe mir auch ein Synonym genommen, nenne dich Hans Wurst oder so, also irgendwas, was schon so ein bisschen realistisch klingt, solltest du nehmen, aber eventuell nicht den Klarnamen. Wie gesagt, ich bin davon nicht so ein Fan, ich bin davon auch ein bisschen geschädigt, weil Content Creator und sensible Daten, aber das kannst du für dich selber entscheiden, ist nur ein nett gemeinter Hinweis. Wenn du hier angekommen bist, siehst du nun ganz, ganz viele Dinge. Championship, Career, Special Events, Singleplayer, Multiplayer und den ganzen anderen Kladderadatsch, der da auf dem Bildschirm ist. Ich würde empfehlen, als erstes mal in die Option reinzugehen. Und dann würde ich sagen, gehst du mal in die Controls rein und guckst erst mal, ob dein Lenkrad funktioniert. Das kannst du sehen, indem du hier an der Seite die Indikatoren dir anschaust. Funktioniert das Lenken. Funktioniert das Gas. Funktioniert die Bremse. Funktioniert die Klatsch. Also die Kupplung. Wenn dem nicht so ist, musst du einfach hier reindrücken und dann kannst du das belegen und dann sollte das funktionieren. Du solltest wirklich alles Mögliche, was hier drinnen ist, belegen. Kommen wir mal kurz zu dem Lenkwinkel. Was gar nicht so unwichtig ist, das ist gleich erstmal eine Sache, die ins Auge sticht. Bei mir ist es, ich fahre eine Simmo Cube 2 Pro und ich habe meinen Lenkwinkel auf 900 Grad gestellt. Ich habe ihn hier auf 900 Grad gestellt und ich habe ihn im Spiel auch auf 900 Grad gestellt. Der Rest wird vom Spiel selber erledigt für die Autos. Also 900, 900. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt auch professionelle Fahrer, die sich das runterstellen, je nach Auto, wie es halt mit dem Lenkverhalten ist. Ich habe mir für mich gesagt, 900, 900 ist für den Anfang okay und habe das dann nie gewechselt. So, wenn du dann in deine Einstellung grundsätzlich gehst vom Lenkrad, da musst du dann mal gucken. Da gibt es ganz, ganz viele pfiffige Menschen da draußen, die das in Foren geteilt haben. Ich benutze hier meine Einstellung von Stun. I'm Stun heißt der Gute. Der hat die auch ins Discord gepackt. Das ist schon ewig lange her und ich habe sie seitdem auch nicht mehr gewechselt. Der hat sehr viel rumgefriemelt und sehr viel ausprobiert und ich komme damit sehr gut zurecht. Wenn ihr die sehen möchtet, lasst mich das gerne nochmal wissen. Dann mache ich euch davon gerne Screenshots und dann könnt ihr euch das angucken. Beste Grüße gehen raus an Stun, weil ich liebe es immer noch und es fährt sich wunderbar. Beim Force Feedback, ja, das ist persönliche Präferenz. Ich habe super gerne sehr viel Force Feedback. Also bei mir steht es auf 20 Newtonmeter, also auf 80 Prozent und ingame dann auf 55. Das heißt, ich fahre so Pi mal Öre mit 11 bis 12 Newtonmeter, je nach Auto, weil man kann auch autospezifisch sein Force Feedback ändern. Und da müsst ihr mal gucken. Wenn ihr wirklich lange fahrt, ist ein guter Tipp, wenn ihr, sagen wir mal, ihr fahrt eine Stunde, also eine Stunde Stint, anderthalb und euch tun die Hände weh, dann habt ihr ein bisschen zu viel Force Feedback. Würde ich ein bisschen weniger machen. Ja, man gewöhnt sich irgendwann daran, aber übertreibt es nicht, weil das geht nicht nur von den Händen irgendwann in die Arme, sondern auch in die Schultern und dann wird es unangenehm. Also übertreibt es da einfach nicht, sondern macht das ganz entspannt. Ich habe hier nichts weiter eingestellt an den Effekten. Das ist bei mir alles Standard. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist das Gearshift De-Bouncing. Also das heißt, wenn ihr schaltet, dass ihr nicht Gänge überspringt, sondern zwischen dem Schaltvorgang genug Zeit ist, dass das Auto reagieren kann. Weil bei mir hat das nämlich dazu geführt, dass ich manchmal doppelt runtergeschaltet habe und dadurch den Motor geschrottet habe. Und das ist nicht so empfehlenswert. Wenn ihr jetzt die Bremse belegt, das ist bei mir nämlich ab und an mal der Fall gewesen. Mein Gaspedal war immer volles Throttle. Also ich war immer auf Vollgas. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf den Haken zu drücken und dann könnt ihr auf Inverted gehen und könnt das wegmachen. Was ich euch auch empfehlen würde bei der Bremse beispielsweise, wenn ihr jetzt so wie ich hier meinen Fuß auf die Bremse lege, so. Ihr seht ja, da ist ein bisschen Bewegung drin, weil das macht man automatisch, wenn man fährt. Dann sollte sich auf der Bremse Bremse hier nichts, also da sollte sich nichts tun. Wenn ihr die Möglichkeit habt, im Treiber diesbezüglich eine Deadzone einzustellen, das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, das wäre meine Fußkraft, dann könnte ich die Deadzone einstellen, sagen wir mal, auf 20 Prozent und ich könnte ganz normal meinen Fuß auflegen und da würde kein Bremsvorgang stattfinden. Das möchte ich jetzt natürlich bei 20 Prozent nicht haben. Bei mir ist es im Treiber eingestellt. Ihr könnt das aber auch im Spiel machen. Das heißt, wenn ihr euch ganz, ganz gemütlich, wirklich mit dem Fuß auf die Bremse stellt, so wie ihr fahrt, dann sollte dort kein Ausschlag sein. Das sollte beim Gas übrigens genauso sein. Das heißt, wenn ihr anfangen, kontrolliert das. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das im Treiber zu machen oder es gibt die Möglichkeit, das hier zu machen. Was auch wichtig ist, ist halt, dass ihr eure, die Schaltung, dass ihr eure, was macht er denn jetzt? Sage mal, dass ihr die Schaltung drin habt, logischerweise. Ich persönlich würde empfehlen, ganz am Anfang alles zu belegen, was geht. Also Pit Limiter, super wichtig. Macht einfach alles aus. Kommen wir gleich nochmal dazu. Den Pit Limiter zu belegen und auch die Scheibenwischer zu belegen. Den Starter, das habe ich jetzt bei mir, ist das ein bisschen anders, weil ich habe das nicht auf dem Lenkrad drauf. Ich habe das hier auf dem Stream Deck drauf. Das heißt, wenn ich hier reingehe, habe ich hier meinen Starter für das Auto. Da gibt es aber auch genug Knöpfe auf dem Lenkrad. Also euer Lenkrad wird ja ein paar haben. Also würde ich den Starter, den Ignition würde ich drauf machen, den Pit Limiter würde ich da drauf machen. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du eine Buttonbox hast, kann man ja hier an der Seite sehen, wenn du eine Buttonbox hast, kannst du dir auch alles mögliche andere wie ABS und Traktionskontrolle drauflegen. Und das würde ich sehr empfehlen. Bremsballons würde ich auch belegen, weil das sind so Dinge, die kann man on the fly ändern, währenddessen man fährt. Und das hat einen sehr großen Einfluss. Dann den Flasher, logischerweise. Das ist das wichtigste Instrument, wenn euch einer auf den Sack geht, immer schön anblinken. Das ist natürlich ein Spaß. Wenn ihr überrundet, dann solltet ihr euch ja auch erkenntlich zeigen, wollte ich gerade sagen. Ihr solltet auf euch aufmerksam machen. Und da ist der Flasher natürlich super gut. Der Indicator ist auch sehr wichtig. Das sind die Blinker. Die Blinker sind dazu da anzukündigen, wenn ihr jemanden überholen lassen wollt. Und dann könnt ihr blinken und ihr fahrt nach rechts und er kann nach links vorbeifahren. Also ist auch gar nicht mal so unwichtig. Die Kamera kann man sich auch belegen, falls man mal bei jemandem zugucken möchte. Dann, wenn man mal zugucken möchte, dann kann man das dort gleich mitmachen, indem man F1 drückt. Dann kann man aus dem Auto rausgehen, falls man sich bei seinem Kumpel irgendwie mal die Rennlinie abgucken will oder bei seinem Kollegen oder Kolleginnen, Kollegen, beim Menschen, mit dem man fährt. So, das ist einfacher. Ansonsten würde ich auch sehr das Up and Down, würde ich auch empfehlen. Ich habe das jetzt bei mir hier unten auf ein Drehrädchen gemacht. Also hier kann man hochgehen, hier kann man runtergehen, sieht man ja. Und man kann auch gleich mehr und weniger machen, sieht man ja auch. Weil das ist dazu da, wenn ihr irgendwann mal in den Genuss kommen solltet, ein längeres Renn zu fahren. Ihr müsst den Boxenstopp einstellen, könnt ihr so durch das Boxenstopp-Menü durchgehen. Was ich auch sehr empfehlen würde, ist, hier gibt es noch die MFDs. Die MFDs sind unten links in der Ecke, also da drüben. Die hat, die angezeigt werden. Und ich persönlich habe mir auf den Druckknopf gelegt, auf dem Lenkrad einmal den Boxenstopp einzustellen. Hier sieht man ja unten, Pitstop. Und dann habe ich hier einfach die Realtime-Position habe ich auch belegt. Ich habe aber auch gleichzeitig nochmal auf mein Lenkrad das Cycle draufgelegt. Also falls ich mal irgendwann was ausmachen möchte, weil ich fahre nicht mit dem Standard-Overlay mehr. Ich habe das jetzt mittlerweile schon geändert. Dann ist das auch, dann könnt ihr das ausmachen. Genau, dann könnt ihr das ausmachen. Aber die beiden Sachen sind wirklich wichtig, Pitstop als auch Realtime-Position, weil dann siehst du nämlich auch das Delta, wie weit jemand weg ist, ob dich jemand überrundet, ob du überrundest etc. pp. Dann heißt du das auch. Die Timetable habe ich auch drin. Das habe ich unten auf dem Lenkrad drauf, den Knopf. Weil bei der Timetable kannst du nicht nur gucken, wie weit andere weg sind oder in welcher Runde die sind. Du kannst nämlich auch gleichzeitig noch auf das Wetter gucken, weil es ist ja auch von Relevanz, welche Temperaturen draußen sind wegen den Reifen, damit du deine Reifen einstellen kannst etc. pp. Aber das machen wir später in der Folge, wenn wir das erste Mal fahren. Das heißt also, das wäre eventuell auch von Nöten. Was hier noch mit dabei ist und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, man kann sich für jedes Auto das Force-Feedback einstellen. Das bedeutet, zum Beispiel der McLaren hat so eine komische Krankheit. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll oder also man kann es nicht nachvollziehen. Ich habe mir jetzt auf mein Lenkrad draufgelegt, dass ich mein Force-Feedback für jedes Auto hoch und runter drehen kann. Das heißt also, du kannst dir in Assetto Corsa in jedem Auto, in dem du sitzt, das Force-Feedback umstellen für das jeweilige Auto. Das heißt, die Einstellungen für das Auto sind unabhängig hiervon. Das heißt, diese Standard-Einstellung bleibt. Sagen wir mal, du fährst jetzt Ferrari und deine Einstellungen sind auf dem Ferrari gemünzt und du gehst dann in McLaren und du merkst, oh, hier ist das Force-Feedback, aber sehr gering. Dann kannst du es damit hochstellen. Und das funktioniert für jedes Auto. Das heißt, diese Taste ist gar nicht mal so unwichtig. Für mich, und das ist das, ja, sage ich mal, Einzige, was ich persönlich noch drauf habe, was aber nicht so wichtig ist. Ich habe in manchen Autos fahre ich gerne TC1 und TC2 und damit ich das schnell ändern kann, habe ich das hier auf mein Lenkrad draufgelegt. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise, ich fühle mich gerade nicht so oder die Reifen sind nicht so gut, dann kann ich hier auf den beiden Knöpfen zwischen TC1 und TC2 wechseln. Ganz einfach. Das ist aber persönliche Präferenz und das wirst du auch im Laufe der Zeit für dich feststellen, ob du was brauchst oder nicht. Aber du weißt auf jeden Fall dann, wo es ist. Am Anfang ist das noch nicht so wirklich groß von Relevanz. Wird aber mit der Zeit wirst du feststellen, da kommt dann sowas dazu wie, oh, ich habe noch eine Buttonbox und dann habe ich dies noch und jenes noch und dann kann ich hier meine TC einstellen und TC2 und mein ABS und meine Bremsballons und dann kann ich meine Motor-Mapping noch ändern. Aber das ist alles am Anfang noch gar nicht wirklich von Relevanz, weil das wird mit der Zeit kommen, wenn du lernst zu fahren, du wirst ein bisschen schneller, du wirst ein bisschen sicherer, du kannst ein bisschen mehr riskieren, dann weißt du, wo es steht. Nämlich genau da, da unten. So, jetzt haben wir die Steuerung fertig gemacht. Ich würde sagen, die Steuerung ist mit das Wichtigste. Jetzt gehen wir mal kurz in das Hut rein. Im Hut kannst du die hier oben einstellen. Also bei mir ist es jetzt natürlich ein bisschen anders, weil ich fahre drei Bildschirme. Du kannst aber hier bei den Einstellungen angeben, wie weit das weg sein soll. Also bei mir ist zum Beispiel meine linke Seite, weil die benutze ich nicht wirklich und die brauche ich auch nicht für einen Stream. Die habe ich rausgeschoben, dass es bei mir hier drüben ankommt. Also ich habe hier drüben ist mein Boxen-Stop-Menü und das kannst du einstellen, indem du die Left-Margin umstellst und dir das Overlay hier hinschiebst. Das heißt, du musst es nicht ausmachen, du kannst es da hin machen. Ich würde aber empfehlen, lasst es am Anfang erstmal an. Also fuchst euch erstmal mit den Basissachen ein, wie das funktionieren, weil ihr werdet nicht genug Gehirnkapazitäten haben, alles gleichzeitig zu machen. Außer du bist ein totales Naturtalent, das gibt es auch. Ich sage mal, in der Regel haben die Menschen dann Probleme, deswegen lasst das erstmal alles auf Standard, schiebt euch das so hin, wie ihr das braucht und dann fahrt erstmal eine Runde so. Bei den Pedalen, also Speed Fuel Pedals, würde ich das auf voll machen, weil dann kannst du nämlich unten gleich sehen, was für eine Eingabe du hast. Bremse, Gas, dann siehst du auch gleichzeitig dein Sprit da dran. Also du hast eine umfangreiche Information oder sehr viele umfangreiche Informationen für dich, die dann hier unten rechts in der Ecke sind. Für mich, ich habe jetzt die Laptime habe ich ausgemacht, die wäre hier oben links in der Ecke, standardmäßig. Das könnt ihr alles anmachen. Die Circuit Map ist übrigens sehr interessant und das haben einige Menschen noch nicht rausgefunden. Die würde ich auf full stellen, weil full bedeutet, dass du die ganze Karte sehen kannst. Die ist dann links an der Seite unter den Zeiten, also das wäre dann hier. Hier kannst du die sehen und wenn du sie auf full hast, hast du Einblick auf die ganze Strecke. Das heißt, wenn irgendwann mal irgendwo eine gelbe Flagge sein sollte und dir wird das angekündigt, dann kannst du nochmal visuell kurz nach links abchecken, wenn du auf einer Geraden bist oder irgendwie eine Sekunde rübergucken kannst, kannst du abchecken, wo die Leute sind. Irgendwann wirst du das nicht mehr so extrem machen, aber es ist gut, dass es da ist, falls man das mal braucht. Es gibt auch externe Tools, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht zu Racelab, da kann man das auch mitmachen. Die Tires App würde ich euch auch empfehlen, das ist die Reifen. Die sind dann hier unten, da könnt ihr euch dann ansehen, welche Reifentemperaturen vorhanden sind in farblicher Ausprägung, also von blau ist zu kalt bis rot ist zu heiß und ihr seht auch die Ausdehnung bezüglich des Druckes. Dazu kommen wir aber in einer anderen Folge auch nochmal, da werde ich nochmal ein bisschen was zum Reifendruck erzählen. Session Info kannst du auch anmachen. Das Rating, die Rating Practice Info ist immer an, also das ist hier oben rechts in der Ecke. Dafür muss man ein bisschen rumfummeln und in die Config reingehen, um das zu ändern. Das möchte ich jetzt aber nicht machen, weil wenn du jetzt wirklich gerade anfangen solltest, muss das nicht unbedingt sein, dass wir gleich ganz tief in die Materie eindringen. Das Radar würde ich auch anlassen. Das befindet sich hier oben in der Mitte und das sagt dir, wenn Autos in deinem Peripheriebereich sind, ob sie sehr nah dran sind, ob sie vor dir sind, rechts, links, gibt ja auch einen toten Winkel und gerade jetzt sage ich mal, wenn man auf einem Bildschirm fährt, ist das wirklich ein Lifesaver, weil man möchte ja nicht unbedingt Need for Speed machen und andere Menschen als Bande benutzen. Also das Radar würde ich an der Stelle auch anlassen. Das automatische Pitstop MFD habe ich jetzt persönlich ausgemacht, weil ich das selber aufrufen möchte mit meiner Taste, die ich vorhin gerade gezeigt habe. Für den Anfang wäre es aber vielleicht ganz gut, das für dich anzulassen, dass das automatisch angeht. Die Pit Info und die Driver Timers würde ich auch anlassen und zwar immer, dass du das dir ansehen kannst. Die Light Indicators sind auch sehr wichtig, würde ich auch anlassen, weil dann siehst du nämlich in Form von kleinen Kreisen, ob du das Licht an hast, in Form von einem grauen Kreis, einem gelben Kreis und blauen Kreis, also nachtlich, normales, ich nenne es mal Tagfahrlicht und Aus würde ich auch anlassen. Wenn du Meilen pro Stunde fahren willst, kannst du auch auf Meilen pro Stunde fahren. Ich habe den virtuellen Spiegel habe ich aus. Ich hatte früher so, naja, ich sage mal, meine Grafikkarte war nicht so stark, dass sie das auch noch mithändeln konnte, weil bei Triple Screen, also ich fahre 1440p mit drei Bildschirmen, da geht schon ein bisschen Grafikleistung drauf, deswegen habe ich das ausgemacht. Für mich ist es aber auch so, ich sehe alle Spiegel in den Autos, wenn ich drinnen sitze, kann ich die Autospiegel sehen. Entschuldigung, meine Katzen. Kann ich alle Spiegel sehen und dann ist das für mich auch an der Stelle vollkommen in Ordnung, wenn der aus ist. Das kostet halt ein bisschen Performance, sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf haben und es kann auch im Rennen zu Problemen führen, weil wenn du jetzt beispielsweise bei jemandem zuguckst und du gehst wieder ins Auto rein, musst du alle Perspektiven irgendwann durchwechseln, dass der Spiegel wieder angeht. Kann manchmal auch ein bisschen ätzend sein und für Stress sorgen, muss man sich überlegen, wie man damit klarkommt, aber das ist alles so eine Routinefrage, die man irgendwann für sich selber rausfindet. Wie gesagt, mach es am Anfang an, wenn du vielleicht mit Triple Screen fährst, gewöhn dich gleich am Anfang dran, dass du den Spiegel da hast, wie es für dich am einfachsten ist und komfortabelsten ist. Proximity Indicator würde ich auch anlassen. Green Light würde ich auch anlassen. Das sind die Anzeigen, wenn du halt losfährst. Server Statistik habe ich früher mal angehabt, muss nicht unbedingt an sein. Mein Chat habe ich komplett aus. Ich habe in Multiplayern keine Chats, weil mir das einfach tierisch auf den Keks geht und den Rest kannst du auch anlassen diesbezüglich. So, kommen wir mal zu den Assists. Ich habe alles auf Manual, außer meine Klatsch. Würde ich euch am Anfang auch empfehlen. Alles ausmachen. Lernt wirklich gleich von Anfang an so fahren. Also auch ohne Ideallinie. Keine, wenn es regnet, die ganzen Scheibenwischer etc. pp. Lasst es einfach aus. Weil am Ende sich umzugewöhnen ist viel, viel schwerer, als es am Anfang gleich zu lernen. Fahrt manuelle Schaltungen, macht den Motor manuell an, benutzt eure Scheibenwischer manuell, macht den Pit Limiter manuell und macht die Ideallinie aus. Das ist wirklich ein lieb gemeinter Rat, weil wir sind alle so Gewohnheitstiere. Rennfahren ist Gewohnheit und wenn du dir das über zwei, drei, vier, fünfhundert Stunden angewöhnt hast, wirst du nachher ein bisschen Schwierigkeiten haben, wirst du ein bisschen Schwierigkeiten haben, da durchzukommen und dich da so ein bisschen durchzubuseln. Also lernst von Anfang an richtig und was heißt richtig, lernst von Anfang an gleich so puristisch wie es geht, weil dann hast du später keine Schwierigkeiten. So, kommen wir zum großen Elefanten im Raum. Sound. Da habe ich nicht großartig was eingestellt. Das einzige, was ich ausgemacht habe, ist die Musik, weil mir das einfach irgendwann ein bisschen auf den Pinsel ging, nach vielen Stunden über dieselbe Leier zu hören und ich habe auch Ambience ausgemacht. Das ist der Stadionsprecher. Der ist am Anfang ganz cool und ist auch total fetzig, aber wenn du viele Stunden fährst und immer wieder dasselbe Geleier hörst, ähm, habe ich das persönlich ausgemacht. Der Rest ist einfach alles an. Video. Bei mir ist es nur so, ich fahr Triple Screen. Ich würde euch für den Triple Screen, würde ich euch ein Video empfehlen von Dan Suzuki. Der hat dazu, es ist leider auf Englisch, aber Dan Suzuki hat dazu mal ein Video gemacht, wie das funktionieren, dass man das Ganze hier in Triple Screen umsetzen kann. Ist super simpel gehalten. Dankeschön an der Stelle, äh, an Dan Küsschen. Äh, dafür braucht man ein extra Tool. Äh, das nennt sich Simple Runtime, äh, Simple Runtime Window Editor und damit kannst du, äh, eine ganz normale Anwendung, die im Vollbildfenster ist, auf drei Bildschirme ziehen. Das funktioniert bei, äh, ETS übrigens auch und, äh, bei anderen Applikationen funktioniert das auch. Wir gehen das jetzt einfach mal für einen Single Screen, äh, durch und, äh, schauen uns das mal an. Ich möchte gleich noch mal einen Hinweis geben. Bei AMD Grafikkarten, also zumindest war es bei mir so, ich hatte Schwierigkeiten, dass ich nicht im Fenster-Vollbildmodus fahren konnte, weil ich dort nie mehr als 60 FPS hatte. Warum auch immer das so war, kann ich euch nicht sagen, aber ich musste es im Fullscreen fahren. Mittlerweile habe ich eine NVIDIA Grafikkarte und mir ist es möglich, das Ganze in, äh, Fullscreen Window zu fahren. 1440p, V-Sync habe ich, äh, einfach aus. Ich habe mein, äh, Frame Limiter auf 146 Hertz äh, äh, gepackt oder auf 146 gepackt, weil wir haben nur 144 Hertz. Als andere wäre, äh, Ressourcenverschwendung, ähm, nicht, dass ich die, Entschuldigung, äh, nicht, dass ich die irgendwie in irgendeiner Form erreichen würde. Manchmal schaffe ich das, aber es muss ja nicht sein, dass wir mehr Ressourcen verballern, als wir eigentlich brauchen. Äh, bei mir ist jetzt der Triple Screen an. Bei euch wäre der dann in dem Moment aus, aber es würde genauso aussehen, wie das jetzt auch, ne? Nur, dass bei mir jetzt hier an der Seite noch mehr ist. Also das, was ihr hier gerade seht, wäre bei euch auf dem Bildschirm auch so. Ähm, Den Rest habe ich, äh, so gut wie, wie es geht, eine Mischung aus allem gemacht. Also ich habe sie, die, äh, Schatten habe ich angemacht, weil die sehen auf Low richtig kacke aus und dann sieht das mal aus, als wenn die Autos schweben. Aber das musst du dann für dich mal rausfinden, wie stark dein, äh, wie stark dein Rechner ist. Ansonsten, ähm, habe ich DLSS habe ich an, habe ich aber auf Quality gemacht, weil das, äh, äh, ja, das andere sah ein bisschen zu scharf aus und war so, hm, fand ich persönlich nicht so schön, hat mir nicht so gut gefallen. FSR ist ja dann, äh, abhängig von, dann, AMD Grafikkarte, das habe ich aber auch auf Quality gehabt und, ähm, den Rest, äh, kann man sich ja hier ansehen. Meine Effekte sind auf Medium, Post-Processing auf Medium, Foliage, äh, da muss man jetzt nicht großartig was zu sagen. Meine Mirrors, das ist noch so ein Punkt, der ist gar nicht so unwichtig. Ich würde den so hoch, wie es geht, stellen. Also ich habe den jetzt, sag ich mal, auf 70 gestellt. Das war damals für mich ganz okay mit der Grafikkarte. Seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Also 70 Meter siehst du dann in deinen Spiegeln, also auch in deinem, äh, virtuellen Spiegel, wie weit du nach hinten gucken kannst. Ich habe jetzt die Möglichkeit, äh, gehabt, den hochzudrehen. Also ich habe ihn auf 60 Frames gemacht. Du kannst aber auch noch weniger machen, wenn dein, äh, Rechner relativ ressourcenhungrig ist oder, äh, ne, wenn dein Rechner nicht genug Ressourcen hat für das ressourcenhungrige Spiel. So, jetzt ist es richtig. Also, an der Stelle, da kannst du ein bisschen rumfiddeln. Hier findest du auch noch ein bisschen, also hier findest du wirklich noch ein bisschen Leistung in den Spiegeln, weil das sind ja auch noch mal extra bewegte Bilder, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Und das muss ja auch berechnet werden. Äh, ich habe meine, meine Mirror, äh, Resolution habe ich einfach nur auf mitgesetzt. Die habe ich seitdem nicht wieder angefasst. Ähm, ist auch okay. Was auch viel hilft, äh, sind die, äh, Gegner, die angezeigt werden. Also du kannst das Ding bis ins Ultimo hochschießen und bis zum, äh, bis runter. Für mich ist ein guter Mittelwert gewesen 25. Also ich habe da mal ein bisschen mit ausprobiert. Wenn du weniger hast, wird's manchmal, wenn du startest und sag ich mal, du bist ganz hinten im Feld, äh, und ihr fahrt jetzt beispielsweise auf eine superenge Kurve, dann verschwinden irgendwann Autos. Und du siehst sie nicht mehr. Und du kannst dir aber nicht aussuchen, welche dort verschwinden. Das heißt, äh, so 25 Mann ist eigentlich so ein guter Mittelwert, der funktioniert. Man kann das auch noch ein bisschen weniger machen, aber an der Stelle musst du dann halt mal gucken und ein bisschen rumfiddeln und, äh, für dich rausfinden, was da passt. Also es ist viel Trial and Error, bis das für dich dein Optimum ist. Also 25 war für mich okay. Ich habe seitdem keine Probleme mehr, dass irgendwann mal irgendwo ein Auto verschwunden ist. Aber gerade bei Massenstarts, also wenn du jetzt, sag ich mal, ein Rennfeld hast von 40 oder so, äh, dann ist das schon von Relevanz. Entschuldigung. So. Äh, der Rest hier unten, ähm, könnt ihr euch auch einfach, äh, ansehen. Das war bei mir, wie gesagt, viel rumgefiddelt an der rechten Seite. Also hier direkt über mir hast du ja auch die, äh, hast du ja auch die Beschreibung dazu, was das Ganze macht. Äh, für mich ist es so, ich habe es über die Zeit immer mal ausprobiert, hin und her gepackt, geschaut, dass das mit den FPS passt, äh, passt, dass das mit den, mit der Qualität passt. Wenn du jetzt natürlich die totale Rakete hast als Rechner, weiß nicht, hast du eine 3090 drin, 4090, dann reiß auf den Hobel und lass krachen. Ich sag aber so, ich würde empfehlen, dass ihr konstante Frames habt und nicht irgendwelche Drops habt. Weil stell dir vor, du fährst auf eine Kurve zu und du bist am Anbremsen und auf einmal hast du einen Frame-Drop und dann funktioniert, hast du kein flüssiges Bild, währenddessen du in die Kurve fährst. Also das ist immer so die Präferenz, die man haben sollte, konstante Frames zu haben, ne? Also sagen wir mal, du schaffst eine 100, dass du stabil eine 100 hast und mit 100 fahren kannst. Wenn du 144 schaffst, ist auch gut, 200, was auch immer. Aber so kannst du dann ein bisschen rumfiddeln und für mich ist das hier, äh, das Bestmögliche gewesen, was dabei, äh, rausgekommen ist. Einige Sachen, also zum Beispiel Motion Blur habe ich einfach ausgemacht, Saturation ist auch klar, äh, ne? Also wir wollen ja kein ausge, äh, kein ausgeglichenes Bild haben. White Balance ist auch, äh, ziemlich cool, weil ich hatte früher, äh, bei meinen Monitoren, äh, so ein bisschen einen bläulichen Filter drinnen, äh, bis ich rausgefunden habe, dass man das bei den Monitoren einstellt, Joke on Me, ähm, und hab dann die neutrale, äh, äh, White Balance gehabt und hab mich immer gewundert, warum das so blau ist und dann konnte man das hier auch, äh, einstellen, ob das warm sein soll oder, äh, oder kalt, ne? Das kennt man. Der Rest ist ja selbsterklärend, äh, an der Anzeige oder an der Seite dran. Also grundlegend kann man für die, äh, Grafikeinstellung sagen, wenn du, äh, Single Screen fährst, schau, dass du auf die, äh, auf deine, äh, FPS kommst, dass du die Auflösung ausgewählt hast, dass du auf den Spiegel geachtet hast, dass du den, äh, sowohl angemacht hast, dass du die Reichweite eingestellt hast und die Qualität, je nachdem, was dein Rechner zulässt, äh, dann solltest du gucken, äh, dass du eventuell das ganze Window-Vollbild fahren kannst, wenn du stabile FPS hast dabei, weil es ist immer relativ angenehm, in ein Endurance-Rennen irgendwann mal rauszutappen und vielleicht ins Voice zu gehen, etc., pp., ohne dass das Spiel auf und zu geht. Wenn es nicht geht, hab ich auch jahrelang, äh, bin ich so gefahren, geht auf Vollbild. Der Masse-V sinkt Masse aus, logischerweise, also so die Basis, äh, Basis-Einstellung und den Rest, äh, musst du gucken, wie viel Leistung du aus deinem Rechner rauskriegen kannst und, äh, dann kannst du von da ausgehen. Also das Spiel sieht auch in Medium super gut aus, äh, sieht auch in Low super gut aus, also man kann jetzt nicht dort, äh, wenn man nicht die Leistung hat, kann man schon ein bisschen was rausnehmen. Wie gesagt, großer Leistungsfresser, Spiegel und die Gegner, das sind so kleine tricky Sachen. Und wenn du jetzt hier mit durch bist, hast du RCC eingestellt und kannst theoretisch loslegen. Und das machen wir im nächsten Video. Wenn du dich in dein Auto reinsetzt und dort erstmal noch ein paar Sachen einstellen musst, weil Simracing bedeutet, dass man sehr viel einstellen muss. Das macht man ein einziges Mal, dann hat man das drin. Und ich kann das absolut nachvollziehen, das ist super nervig und das hat mich am Anfang, hat mich das auch übelst angekotzt, weil ich immer so der Mensch war. Anmachen, rein und los. Aber das ist bei Simracing nicht ganz so, man muss doch einiges, also was heißt eigentlich, also ich sag mal, RCC ist noch das Humanste, ich sag mal, iRacing ist noch ein bisschen, äh, bisschen komplexer und R-Faktor ist noch komplexer. Aber wenn man hiermit angefangen hat, dann geht das eigentlich relativ gut von der Hand. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was du für dich in deinem Auto einstellen kannst oder solltest, die Ansichtseinstellung und dann kannst du demnächst auf die Strecke gehen. Also bis zur nächsten Folge. Lass doch ein Däumchen da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, hau vielleicht die Glocke an, dass du siehst, wenn ein neues Video rauskommt. Schreib was in die Kommentare und ich sag tschüss, vielen Dank und bis dann.